Und dann musst du dich 5 Minuten lang gegenheilen und dann hast du die Quest abgeschlossen. Das ist natürlich mega sowas. Erstmal alles einstellen hier, Vollautomatik. Da brauchen wir nichts umstellen. Zweier Team, mindestens. Oh, die Ecke ist scheiße. Ich glaube der ist schon oben, hier rechts hoch. Was ist denn hier, Alter? Schrank. Guck mal eben, wollen wir irgendwo anders raus können. Ich glaube aber nicht. Ich weiß auch nicht genau, wo ich bin, äh. Okay. Quest Nummer 1. Junge, du sollst einen Brief für mich haben. Da oben campen sie immer gerne drin in dem Ding. Tja. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Das Brief befindet sich im Ausschnitt. Alter. Mega, wa? Mega, wa? So. Nächste ist da hoch, ins Büro rein. Möchte ich gerade mal, wie ich am besten gehe. Was war noch? Die Ausgänge, ne? Der eine müsste irgendwo im Keller sein. Das müsste da hinten sein. Das müsste da hinten sein. Tor 3 ist da. Das andere Tor 2 oder was? Das wäre natürlich gut zu wissen. Naja. Das ist gut. . Das ist gut. Das Problem ist halt erst mal da hochzukommen. Das Problem war, dass von da auch noch irgendwo einer kam, schrittetechnisch. Oh, kann sein, dass hier am Ecke einer ist. Hier Dings ist auf jeden Fall einer. Haha, singt die auch noch? Oh, ist das alles über mir? Okay. Gleich Attacke! Okay. Okay. Boah, sobald ich den Kopf hier raus... Jetzt geht's ab, ja. Warte, den Kopf raushält. Okay. 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 endings. Okay. Typ. Okay. Okay. Das spielt also auf Social rei. Genau. Yep. Mhhh, leckerlitter Milch! Er hat auf jeden Fall ne böse Wumme. Naja, wir müssen jetzt hochsmachen da, ins Büro. Die Skeffis sind alle da drüben, wie es aussieht. Die Skeffis sind alle da drüben. Die Skeffis sind alle das drüben und NPK aren gyffiosis sind. Die Skeffis ist alle da drüben. Die Skeffis sind alle da drüben, wie es aussieht. Die Skeffen ist alle da drüben. Dienehme der EEG sind alle da drüben. Dieve Asahinadze, ihre unsiencies nur die drüben. ich glaube der ist in der holzding da drüben in der brücke drin, ja da war er, hast du gesehen? da ist immer einer, immer! ich glaube ich muss in den raum rein ich weiß noch nicht, ob ich von hier auch in den raum rein komme, wahrscheinlich nicht ich weiß noch nicht, ob ich die blöden bin, aber ich weiß noch nicht, ob ich die blöden bin Ja, gut! Rechts ist ein Spieler da an der Treppe, die Metall-Steps. Hier links scheint irgendwie einziges Giffles zu sein. Wenn er noch nicht wusste, dass ich drin war, weiß das jetzt. Ja, super. Super duper! Spritze ist im Akten-Schrank. Okay. Er weiß auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich hasse sowas, hier ist halt wieder nichts. Spritze im Akten-Schrank. Ja, schön! Ja, schön! Ich hasse sowas. Der Typ ist halt nebenan, wenn ich mich hier... Der braucht nur durch die Tür schießen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler. Na, der ist rechts. Ah! Wenn ich wirklich die Spritze sehen würde, weißt du? Ich muss auf jeden Fall jetzt Gas machen. Ich muss ja gleich wieder ganz runter. Ich hasse sowas. Kannst nichts aufmachen hier. Nichts. Tja! Durchbruchraum, in dem man die Spritze findet. Vielleicht bin ich einfach im verkehrten Raum. Also hier geht nichts. Jetzt rein. Kีpp aus. 周b. So. Wie geht es. Wo ist das Ende? Neue Gergebild. tja 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 ja wahrscheinlich so ganz legendär wieder Junge gib mir jetzt die scheiß Spritze damit ich hier weg kann da Junge Aldo Belli Keller Tor 3 Tor 0 wo war Tor 0 nochmal Tor 0 ist glaube ich da wo ich hergekommen bin Das war's. Fertig war's. Perf zusammensteren. Super konnte. Ich kann das aber malen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wirklich cool. Ich kann das mal ein bisschen lernen. Ich muss das mal ein bisschen nachdenken. Hier vorne ist Tor 3 auf jeden Fall, Standardausgang. Hier vorne ist Tor 3 auf jeden Fall, Standardausch. Das ist geil, ne? So ein, so ein Müh-Millimeter. Ja, ich sag ja, ohne nachzugucken, würde ich die Quest durchdrehen. Würde ich echt durchdrehen. Oh mein. Basalt, moin! Alles gut?